So, da bin ich wieder und es geht auch gleich weiter, nachdem wir jetzt gerade hier Kaltuzad umgebracht haben. Hearthglen, endlich. Ich könnte ein bisschen Rest nutzen. Es sieht aus, dass sie sich für die Krieg vorbereiten. Prinz Arthas, während der Nacht, eine große Armee von ungewöhnlichen Krieg kamen und beginnt zu attacken die Kirchen von einzigartigern. Jetzt geht es hier. Verdammt. Jaina, ich werde hier, um die Kirchen zu schützen. Geh so schnell wie Sie können und erzähle Lord Uther, was passiert. Aber... Geh, Jaina. Every second counts. Wait. What did those crates contain? Just a grain shipment from Anderhal. There's no need to worry, my lord. It's already been distributed amongst the villagers. Oh, no. The plague was never meant to simply kill my people. It was meant to turn them. Into the undead. Defend yourself! Ich stehe vor der Lichter. Ein Soundplan. Wenn jemand in dir gebetet wird, ich weiß, was dich tut. Gut, dann machen wir es mal ein bisschen an die Panzerung. Und die Mauern dann ja auch noch ein bisschen verstärken. Ach, das sind Jainers. Naja, das sind Jainers Items. Time is short. Und dann dürfen wir... Drei Leute. Wir müssen die Türme hier aufstocken, äh, mehr Wubbs macht, wenn da viele Viecher ankommen. Ready for action. The light is my strength. Ready to work. Justice shall be done. So. Ja, ja, ja. Da kann noch einer. Damit das Gold wenigstens, das Spice wenigstens fließt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was für Holz, sonst können wir nicht keine Upgrades machen. Und auch keine. Hat der. Schön. Eins. Zwei. Drei. Prinz Arthas. The undead forces have arrived. Hold your ground. We are the chosen of the light. We shall not fall. Einen, der wir dann reparieren. Rage to work. He rest. I stand for the last one. Oh, die hier hinten. Sorry, die hier hinten. Randalierer, das ist Ravager. Rampage. A sound plan. Ready to work. The light is my strength. Einen, den nächsten, den brauchen wir dann unbedingt wieder. I stand for the light. Um immer wieder mal das Zeug zu reparieren und auch mal neue Türme zu bauen. Ready to work. So, der nächste. Damit haben wir 1, 3, 4 beim Holzglocken. Ich glaube 5 beim Gold holen, das sollte auch reichen. Ich sitze hier mal auf dem Tügel. Ich sitze hier mal auf dem Tügel. Ich sitze hier mal auf dem Tügel. Turm hier. Geht hier mal wieder in die Mitte. Damit er zu jedem Eckpunkt nicht einen Riesenweg hat. Lumber Harvesting habe ich gerade. Können wir machen. Jetzt brauchen wir erstmal hier mal einen Turm. Off I go then. I stand for the light. Job's done. Wir können dann bald Guard Towers machen, die ein bisschen Splash Damage machen. Praktisch die gleichen Waffen haben, wie unsere... Uh, ich hab... Wohin denn? Wir haben unsere Mortar-Teams. So praktisch wie Kanonen-Katapulte. Bleib jetzt mal rein. Ein Rifleman geht noch. Was? Du musst jetzt mehr Tügel machen... Damit diese Ecke schon mal... Entschuldigung. Ein bisschen besser abgesägelt ist. Und jetzt müssen wir da drüben auch noch welche bauen. ist der danger todesmütiger peasant hier es müssten doch immer auf der anderen seite kommen eine halbe stunde es gibt eine lange Aufnahme aber hoffentlich bricht mir nicht wieder die Aufnahme das war gerade fertig sehr schön Job's done, what? So ist gleich hier Die nehmen wir auch noch mit, den Alpes-Upgrade Von hier unten kommt ja zum Glück mal nichts Hier das Upgrade muss auch noch befertigen Was braucht denn der, meine Güte? Das dauert ja hier Jahrhunderte Job's done, what is it? Off I go then Die Licht ist mein Streicher Na her, was ist das? Ich bin dann noch mehr, ach ich sollte immer noch hier Für Peace Das freut mich Job's done, what is it? So, ja, hm Der ist auf Auto-Repair, das heißt ich schicke ihn mal hier runter Was haben wir eigentlich effektiv, äh Alle drei Verteidigungspunkte werden wir verdoppelt Von der Schussstärke, die nehmen Ach, die kriegen gar kein Die Piercing-Upgrade kriegen die nicht Was brauchst du? Ich stand für die Licht Ein Upgrade kann sein Hast du ein Target? Ich habe Target Ich habe Target Ich habe Target Ich habe Target Ich habe die Licht Ich bin für die Licht Ich bin für die Licht Ja, mein Herr So, dann können die hier reparieren Da kommen wir schon durch Da kommen wir schon durch Und wie erreiche ich den auf welchem Wege? Das Hei ist Job's done Ah, der braucht zwei More work? Yes, we will justice Shut up What? Ich bin für die Licht Ich bin für die Licht Ich bin für die Licht Die Licht ist meine Güte Ich bin für die Mordhautis Ich bin für die Licht Ich bin für den Mordhautis Für die Mordhautis Das ist am Reparieren Die Licht ist meine Güte Ich habe schon ein bisschen Wir wollen nicht da hoch Geht's Nein Ist das eine Gefahr? Was auch immer hier ist Was auch immer hier ist Nicht viel. Zweite Reihe an Tauern. Ich hätte ganz gerne ein paar Motor-Teams. Und der ist noch nicht fertig. Dann gehe ich mal da hoch. Vielleicht kann ich den... Achso, die dürfen da oben das Ding nicht erreichen. So, und jetzt gehe ich... Das ist mega alt. Ja, mein Herr. Ich bin hier, um Hilfe zu helfen. Für Honour. Natürlich. Ein kundes Plan. Das Licht ist meine Kraft. Job gemacht. Ich bin hier, um Hilfe zu helfen. Ja, mein Herr. Off ich gehe dann. Ich bin hier, um Hilfe zu helfen. Das Licht ist meine Kraft. Ich bin hier, um Hilfe. Für Honour. Ganz normale Expansion. Warte! Komm zurück! Ja. Wir wollen diese eine kleine Wahlstelle nicht mehr platt machen, damit wir nämlich nicht mehr ständig da unten hier rest werden. Für Honour. Das ist ein komisches Gemüse, was hier wächst. Hm. Ist auch nicht. Das sieht ja nicht alles ganz friedlich aus hier oben. Das ist teuer. Da haben wir noch einen dritten Turm, da haben wir noch einen dritten Turm, da haben wir noch einen dritten Turm. Ja, mein Herr. Kann ich auch noch in den Maul. Oh ja. Wo? Ach da. Ja, dann hau ruf. Die Licht ist grün. Oh, wo? Oh. Die Schilder ist ein Wunderattach. Hallo! Ich bin hier, meine... If we lose the shipment, the master will have our hides. The life of the master. Before all this, justice has just done. Fork. Our forces are under attack. What? Try to... Show us a target. Hello! I stand where the light is. And just pray that the grain hasn't reached any more villages. A sound plan. Oh, Maddening of Courage. That's, I think, not so bad. Oh, oops. Is there danger? Of course. I stand for the light. The light is my strength. I stand for the light. Ogres have moved down from the hills. It appears they're looking for a fight. A sound plan. A town is under sea. I think there is a target. You made the right choice. You stand for the light. Of course. The light is my strength. Was gibt es hier so Portion? Okay, Gone, let's have over strength. Stärke plus 3. So 5 extra damage könnte ich wahrscheinlich fast klar bleiben lassen. Oder? Ich will mir dafür diese Gondels holen. Wie langsam hier, ganz schön, ganz schön Zeug. Ah, nee. Oh, da gibt es das Plästchen. Nee. Hm-mm. Das sind mir echt alle noch irgendwie infiziert, oder? Our town is under scene. Let's get to fight. We'll do it in a different way. We'll do it in a different way. Hello. What is it? So, hier haben wir alles klariert. Der... ...heilt wahrscheinlich in, in, in Zeiten. Ich bin jetzt so drüber. Dann kann ich mir hier auch... ...ein bisschen Beteiligung gönnen. Ich stehe für das Licht. So, mit den Immortal... ...Mortal... 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 Auf escape. Herb! Ich kann das nicht hinhaben. O, ab breite hin. Auf geboren. Ich bin hier, um zu helfen. Ich komme, um diese Lande zu verleihen. Was ist es? Genau. Bereit für Aktion. Wie sieht es hier aus? Da sind wir noch beim Tower Defense. Ein bisschen jetzt warten, bis ein toller Ufer... Ufer... Ja... Alala Arthas, was ist denn da los? Alter... Toch, glatt. Das habe ich aber hoffentlich nicht den... Der Wettbewerb... Ja, hier reparieren. Ganz wahrscheinlich, wie es wird. Ja, ja... Ja, ja, ja... Das wäre klar. Hm, hm, hm... Aber es wird besser... Was... Tut jetzt hier was? Ich habe es ja zwei Tage nicht gespielt. Und bin jetzt gerade etwas... Durcheinander kommt... Lauft mir nicht einer durch. Fech gehabt. Mhm. Oh. Guck an. Guck an. Bestimmen wir euch mal hier? Habe ich hier noch? Der kommt da hin. Ach je. Die hauen aber ganz ordentlich. Respektu. Boah, ich muss ein bisschen hier im Monitor reinschalten. Ah. Ah, jetzt höre ich mich. Ne? Okay, nähe ich nicht. Ne? Ach, hier. Hier ist ein Monitor. Ja, hier ist... Ach, ich habe nicht echt meine Stimme nicht gehört. Und das ist echt ein bisschen unangenehm. Wieso brennt das alles? Ähm... So, zurück mit dir. Nein, 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 nein. Ach, wir sind sowieso im Low-Upkeep. Äh. Okay. Ist da eine Gefahr? Dann können wir eigentlich wirklich... ...die anderen eigentlich auch aus dieser Gruppe mit reinnehmen. So, nehmen wir die auch damit rein. Keine Upgrade. Wir haben noch 8 Minuten. Was kommt denn immer alles? Der muss die jetzt erstmal reparieren. Der kann natürlich eigentlich... Ja, mein Herr. Oh, Häuschen. Da habe ich versucht anzugreifen. Das war ein bisschen hart. Also da... hm. Habe ich so eine Zweite, wenn ich das schaffen könnte. Vielleicht könnte ich das in der Mitte schaffen. Das könnte ich... jetzt. Warum eigentlich nicht? Ich habe genug... ...genug Mortar-Teams. Das Licht ist meine Kraft. Das heißt, ich mache mir aus den Restlichen, die hier sind... ...habe noch welche da sind. Meine Gruppe... ...zwei. So. Oh, die... Naaaah. Naaaah. Lass meinen, die Ruhe. Das ist ja okay. Of course. Was helft? Keinen? Ja, hab ich doch. Super! Der Drecksack hat mir meinen. Ja, mein Herr. Und der, gleich in die Mine. Da rennt er, da rennt er. Auf die Null, Autoreparatur. Oh, fucker, dann. Ist jemand verletzt? So, wo ist die zwei? Ist es da危険? Hm, war der wohl nicht mehr. Na, dann latscht der mal kurz da hoch. Wir müssen echt mal ein bisschen hier den... dass wir alles ein bisschen abbrechen. Gut, wir könnten natürlich jetzt hergehen und hier oben noch eine Expansion bauen und dann hier mit brachialer Gewalt praktisch alles niederbrezeln. Aber komm, wir machen das ein bisschen... Ich bin hier, um Hilfe. Ich kann mich um so einen Scheiß nicht kümmern. Was ist denn? Halten wir auf, ich sehe es groß. Oh, das ist die Justice. Ich glaube, das ist die Justice. So. Huuuup. Ich bin hier, um Hilfe. Für Honour. Ich bin hier, um Hilfe. Der hat aber ganz schön angeschlagen. Gut, wir haben jetzt natürlich dummerweise nur einen Priester bei. Das heißt, er kann uns nicht allzu viel beim Heilen helfen. Ähm, ja. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich wieder von hier oben. Toll, jetzt habe ich alle angeschlagen. Super Voraussetzung für den Kampf, ne? Wunderprächtig. So, wie sieht's hier aus? Wirklich, wir zwei Türen, ich bin wahnsinnig. Äh, ich hab auch keine Scrolls oder sowas. Ne, hab ich nicht. Egal, drauf. Ne, wie hier sind das viele? Ach, boah. Ich bin fest. Ich stand für die Liste. Justice, schau. Ja. Ich bin hier. Ne, Leute. So wird das nix. So wären wir keine Freunde. Auf allem, die halten ja echt nix aus. Das ist, das kann ich so... Den Hasen geben, wirklich. Ich stand für die Licht. Ich bin hier, um Hilfe. Was ist es? Right, hell. Kommen die jetzt, um uns anzukreffen? Die Licht ist meine Kraft. Da kommt doch was. Ja, ja, ja. So, lass die mal kommen hier. So. Ich bin hier, um Hilfe. Ist jemand in dir? Ist es gefährlich? Was du brauchst? Ist meine Hilfe required? Sag die Worte. Woher willst du uns? Ich bin hier, um Hilfe. So, jetzt wäre die Obergruppe eigentlich... Ich stand für die Licht. Das riskiere ich jetzt mal, bis wir... Wahrscheinlich kommt jetzt gleich da unten wieder getimt in eine zweite Gruppe, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Man, ich will jetzt echt hier mal, ey, äh... Geballter Kraft. Oh, fuck, oh, dann. Diese scheiß Basis, mein Herr Blatt, Mane. So ist es hier. Ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Drei Minuten halte ich raus. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Woher? Wow. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. I'm here to help There's someone in here Certainly I stand for the light Yes, my friend Is there danger? Let's down Feel my wrath The light is just right He's my aim for quiet Is there danger? What's this? Wollt In der Zeit können wir ein bisschen das nachbauen Ne, wir wollen auch nochmal drei Aber ich brauche auf jeden Fall auch noch hier oben Is there danger? Ist sie auch was mit einer Schule? Hey, wieso gibt's das nicht wieder? Ja gut, ich würde sagen, das brechen wir jetzt erstmal ab Wir haben ihn schon mal ein bisschen geschwächt Hoffe ich mal Boah, das sind ja viele Vertötungstürme Our forces are under attack I stand for the Ready for action I'm here to help For honor For honor For honor Is there danger? Is there danger? Cool Justice shall be done So, du Leute Was schon wieder? Ist eigentlich mein, äh Ja Ich will doch Ich denke, das kann nicht mehr Das ist unmöglich Die Zahlen sind niedrig Und das ist nicht mehr Gute Gute Und jetzt geht es Gute 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 Das kann ich vergessen. Der Zähne hat auch schon gewohnt, wie er alles platzt immer. Ja, wir hätten sowieso keine Chance gehabt. Gehört zum Spiel dazu. Leicht, gib mir Kraft. Für Lorda, für den König! Luthor, dein Zeitpunkt hätte nicht besser gewesen sein können. Geh noch nicht, Junge. Diese Kampf ist weit weg. Ich bin überrascht, dass du alles zusammengekriegst, so lange wie du es getan hast, Lade. Wenn ich nicht gekommen bin, dann... Schau, ich habe das beste, was ich konnte, Uther. Wenn ich eine Legion der Kräuter auf meinem Bein hatte, hätte ich... Jetzt ist nicht die Zeit, um die Freude zu schocken. Was wir hier hatten, war nur das Beginn. Die ungekrankten Ranks sind alle, wenn ein unserer Kräuter in der Krieg fallen. Dann müssen wir auf den Krieg, der ihre Leiter. Ich gehe zu Stratholm und zähle Mal'Ganis selbst, wenn ich auch. Ganz einfach, Mann. Du wirst, wie du bist. Du kannst nicht aufhören, einen Mann, der die die Todeskirchen alle selbst selbst. Dann fühle ich dich, Uther. Ich gehe. Mit oder ohne dich. und haben es geschafft wunderbar würde sagen bis zur nächsten folge macht's gut bis dann